Dieses Zubehörteil ist nur bei Kenwood erhältlich und ist unglaublich vielseitig verwendbar. Es ist ein 3-in-1-Produkt. Eine Mini-Mühle für Kaffeebohnen, Currygewürze, Pfefferkörner, ein Mini-Zerkleinerer für Knoblauch, Kräuter und ein Mini-Mixer für die Zubereitung von Püree, Soßen und Babynahrung. Es eignet sich auch exzellent für die Zubereitung von Salatdressing. Die vier Glasbehälter mit luftdichten Deckeln sind ideal zum Aufbewahren, auch im Gefrierschrank. Glas stellt sicher, dass sich Aromen nicht miteinander vermischen.